Ehe, den dann gespoilert für... Ehe, ohne Spaß. Ja, stinkst du nach Magi der Preise. Mit dem Feuer war schon geil. Ja, mit dem Feuer ohne Spaß. Ich hab richtig angefangen zu schwitzen, gerade. Ja, aber ich genau weiß, dass ich mir von euch schon richtig hätte anhören müssen, wenn die halbe Kugeljagd gefällt. Ja, aber dann auch zu euch. Du hast die ganze Challenge kaputt gemacht. Ich hab dir nicht dabei geholfen, ey. Das wär alles kaputt gegangen. Ja, das wär das wohl. Oh, Mann. Scheiß, die Wandern. Toll, ey, ich wollte ne Pussybombe machen. Ah, dann scheiß drauf, weiter geht's. Ah, Bromben ist der Noob der Woche. Der erste Noob der Woche. Leck mich am Arsch. Boah, dann bist du so ein Scheiß-Noob ohne Witz. Oh ja, ich weiß. Hast du deinen Game-Mode ausgemacht? Klar. Ja. Ja, ne, ich meinte Hadi. Ja, hab ich. Fuck. Wo bin ich denn hin? Lol. Das ist aber Assi mit der... Mit der... Mit der Ecke da. Da hin? Ne, oder? Peter, wie kann man denn die Sprünge hier verkacken? Erzähl mir das mal. Alter, boah. Da komm ich ja nie hin, oder? Ne. Boah, doch. Was ist da durch? Stand ja nicht so allzu lang gewesen zu sein, die Challenge. Alter. Alter! Ich springe aber gegen die Ecke! Ich kommt drauf an wie nur, wie man sich ansteckt. Ja. Boah, Peter, ey. Was soll das denn? Jetzt bin ich schuld, oder was? Ja, das muss ich schuld. Ey, dann ist nicht schon weiter springen. Ja, tu ich ja gar nicht. Ich stehe nur hier vorne. Ja, ja. Wart auf euch. Na ja. Und damit ich nicht in den Game-Mode muss und ich trotzdem dann cool sein kann. Da ich Sprünge quasi schon gemacht habe, bleibe ich einfach hier genau stehen. Weil ich sehe ich alles. Jetzt muss ich von außen da dran sprechen. Okay, Hardy macht das jetzt auch. Da hin! Oder auf den, äh, ach so, auf den Demensblock hier unten wahrscheinlich, wa? So. So. Willst du da hinten hin, oder ist hier noch was? Ne. Wow. So. Und jetzt? Ach so. Von dem hin noch. Ja. Das war jetzt aber nicht wirklich schwer. Ne. Das war echt nicht schwer. Hm. Muss man auf den gelben? Ja. Tja, das ist jetzt die Frage, Peter. Oh. Gut. Ja, aber noch ein schwieriger Sprung. Ja, haben wir schwer. Wo ist Peter denn? Läuft. Ich muss jetzt auf den gelben springen. Ich mach nur mal im kurzen Guckloch hier weiter. Ne, ich muss an die Leiter, oder? Ach, da ist Peter. Okay. Das ist ja aber ganz schön weit. Ja. Ja, du musst an die Leiter. Im Ernst? Ja. Ne, ich sag dir, du musst auf den gelben springen unter dir. Links unter dir. Ja, Peter, du musst an die Leiter. Ja, Peter, du musst an die Leiter. Um die Ecke ist nichts. Ja, wunderbar. Wunderbar. Jetzt hast du das geschafft. Juh. Easy. Alter, wolltest du... Alter, wolltest du... Alter, ohne Spaß. Sprung da am Anfang, ey. Das geht ja schon mal ganz gut los hier. Alter, ich komm nicht... Ich komm nicht mal auf den ersten drauf. LOL. LOL. Da hab ich Leiter hast du gehalten. War immerhin stirbt mal unten. Oh ja. Du bist der Noob der Woche. Da kriegst du Damage. Oh ja, ich bin der Noob der Woche. Ist Peter eigentlich schon durch? Da willst du nicht spoilern, als du Noob der Woche wirst. möglichst gewicht von der ganzen sache nehmen wie es nur geht ich weiß auch wieder funktioniert lass mich raten peter die ganzen sprünge sind komplett die gleichen man darf nicht wahr sein da kann die leiter und dann war ich nicht da alter ich war schon zur hälfte du hast der menschen gekriegt sagte da muss ich meine echt sagen lasst ein bisschen nach ja ich meine ich bin gerade als loob der woche geworden da kommt jetzt schon kaum noch sprüche und dann ist das zehn minuten her also egal das reicht als zu genugtuung da muss man auskosten und so ich meine ihr wisst ja wie ich abgehen würde ich habe es eigentlich vergleichbares ja ich weiß es ist langweilig höre ich gerade ja ich konzentriere mich gerade darauf diese scheiße hier zu schaffen das ist voll gemein da unten alter das ist ja wohl echt ein scherz ach fucky mein dackel na peter komm mal runter ich will wieder mit dir zusammen machen ich will mit dir zusammen versagen warum war da unten schon zweimal ach du warst hier schon zweimal ja das sind halt die gleichen langen sprünge wie oben wieder ach komm das ist doch echt ein witz ey hm ich bin der mitbesteller mir fällt gar nichts ein das ist noch ein bisschen trickiger als nur das also wenn ich auf die erde aufschlage stehe ich noch ungefähr zwei sekunden bis ich sterbe das habe ich auch aber das habe ich schon die ganze zeit das ist auch schlechte ping gar nicht hoch ohne spaß war das ist richtig also hier ohne scheiß ja wie ich dann den ersten sprung direkt wieder verkacke das kann einfach nicht wahr sein ja im vergleich zu dem was wir vorhin hatten ja insofern warum sind hier leitern an der seite weiß ich nicht aber der sprung hier ist doch fies kommt man hier nicht gegen die decke das ist mir nämlich passiert echt okay ich habe mich mal nach oben geguckt wenn ich bin da darf nicht dass ich diesen einspielen ich schaffe da ein bobby ja peter hat es auch gemacht das geht jetzt hier gerade echt schlag auf schlag ja so schwer ist das jetzt hier auch nicht aber dass da unten nochmal so ein assi sprung ist das finde ich nicht ganz so witzig scheiße zu früh abgesprungen ja das ist ja das problem weißt du wenn ich den sprung immer auf anhieb schaffen würde ich auch den da hinten auf anhieb schaffen dann wird das ganze ja kein problem aber den schaffe ich ja mal gerade mal um gut glück ey deswegen habe ich auch so angst vor dem der da hinten dann noch kommt fuck er darf einfach nicht wahr sein boah die endloschleife hier so ein lemming style jetzt hör mal auf zu lachen jetzt mal wenn ich runterfalle ist doch nichts neues das sieht aber einfach zu geil aus bei allem immer gleich du kommst wieder springst dieses habe ich mal nicht gesprungen scheiße ohne spaß ich schaff den einfach jetzt habe ich den okay jetzt bist du im flow boah jetzt habe ich hier auch für die äh hollywood kamera fuck gerade da 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 das problem ist da 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 rennt man noch weiter wenn man ein damage kriegt ne ne nein du musst den so machen ja NEIN da bin ich gegen die wand gesprungen genau das ist mir nämlich auch einfach passiert NEIN oh nein oh nein oh nein oh nein wie ärgerlich ist das denn dann habe ich auch video oh nein oh nein oh nein oh nein und jetzt kommt wieder die dauer schleife boah ich habe voll gegen meinen pop schutz gerotzt da hängt voll der dicke chiller drauf gerade aber geil oh ne du machst das jetzt und meine nachbarn haben sich hundertprozentig auch wieder gefreut oh nein oh nein jetzt mache ich das fuck man sollte schon springen habe ich gehört und wieder hoch oh wo sind eigentlich die leiter nach unten achso falls man tatsächlich überlebt ja ja wir können abgehen ja peter sagst du willst nicht noch ein bisschen mit dem feuerzeug rumspielen ne kannst du ja nicht vielleicht im real life das ist eine gute idee aber ich hätte nicht gedacht dass die wolle hier drin so schnell brennt ey leck mir mal im arsch das ging echt ab wie sanfone ab wie schmidskatze ey das war ziemlich lustig Gott sei Dank habe ich teil davon auf Video ja vor allen Dingen ist das gut zu wissen für Eurobowl äh für die ähm für die für die für die für die ähm ne du weißt du was ich sagen wollte weißt du welche Taktik eigentlich weißt du die sollst du die Ohren schreiben erst zu denken und dann zu reden ja ich hab's ja nicht ausgesprochen ja zum Glück so jetzt mach ich das jetzt mach ich das jetzt mach ich das ja jetzt mach ich das oh spring ich hier gegen die Decke ja nicht wirklich jetzt mach ich das na geht doch ey boah gut dass ich das nicht ausgesprochen hab ja aber das ist ja jetzt kein Problem sonst hätte man es ja einfach fertig geschnitten geschickt jetzt das schneiden können äh und jetzt ich glaube hier gehts los ne das kann ja gar nicht das ist ein Bullshit ich würd sagen hier gehts los ja hier an diesem an dem Teil hier hin würd ich sagen achso ja ja das klingt logisch irgendwie oh ne oh ne oh ne oh Gott hä und wie soll es denn hier weiter gehen ne das hab ich mich auch gerade gefragt was steht denn hier challenge 62 ok also muss das ja wohl hier los gehen ne ne das kann echt nicht ne das kann echt nicht ne das kann nicht ne das kann nicht das kann auf keinen Fall wie kommt man denn hier auf diesen Block drauf aber man muss ja da oben drauf ne ne das was da drüber schwebt ist die Mitte von der Challenge Frage ist wie kommt man hier auf diesen Block drauf auf den Gammelblock hier vorne so ihr Ficker lol da gehts los weiß ich nicht komm eke aus zumindest ja das sieht legitim aus Moment das kann nicht ja doch ne das geht ne das geht wtf das stimmt das geht in die andere Richtung na cool hab ich einfach mal wieder einen gefickten Cut gefunden oder so weil ich nicht das Schrittchen bin lol alles klar chill dann ist fertig lol ich will natürlich runter hm das ist natürlich nice vielen Dank weißt du noch du bist ein kleiner Loubinou nicht mal oh Peter ich glaub ich möcht die Challenge hier überspringen das schaff ich nicht so so oh lol uncool ich hab dich auf die erste Leiter drauf was ist das denn hier lol Peter ohne Spaß was ist denn da los bei dir oh jetzt kommen sie wieder alter ich komm nicht auf den ersten Block drauf boah die scheiß Nippel lecken mir doch die Eier ey ich will keine Nippelsprünge machen doch tief in dir drin vergötterst du diese Nippel sogar ja ich mein der einzige Trost den es gibt dass du das noch ungerner machst als ich ne ja gut aber du bist der Luke der Woche ne ja ja ich weiß ja ich weiß ja oh Peter alter guck mal ich komm auf den ersten Block nicht drauf also auf die Leiter geht ja eigentlich aber auf den ersten Block ja 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 ich hab so Kohldampf ey ach Menno was macht der eigentlich da die ganze Zeit ist doch nicht so schwer an diese scheiß Dinge ran zu springen ne das ist auch nicht schwer weil ich finde ach jetzt mal endlich ey ach ne komm oh leu um die Ecke rum auf so ne alter ja super oh Peter wie schlecht bist du eigentlich ich kann es mir mal verraten ihm nicht Schwester ja wat denn wat denn Junge lauf mich einfach mal da runter sagste boah Peter hat es geschafft erst mal runter nein bist du ein Mongo ach